Ich denke, ich brauche sowieso nicht mehr allzu lange und dann habe ich die Misson geschafft Also das hier habe ich ja Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier noch machen sollte, außer halt das Mana sammeln Das Mana sammeln ist eigentlich das einzige, was ich noch machen müsste 102, brauche ich nicht noch irgendwie neu sein, wollte ich schon sagen Ist dann auch fast fertig So, hier sind noch welche, die unterwegs stehen geblieben sind Ja, sollen sie machen So Wir brauchen auf jeden Fall noch genügend Träger Sind alle unterwegs jetzt, die haben alle zu tun Ist auf einer Art natürlich schön, auf anderer Art wieder ein bisschen doof Honig haben wir auch schon gesammelt, sehr gut Na das läuft doch Na das läuft doch Ok, hier rennen nur Trägerinnen rum, sehr gut Mit Waffen In alle beiden Na mal schauen, wann der Sieg kommt 500 Mana Punkte müsste ich doch aber eigentlich schon haben, zu langsam Sine Eeeh ! Kommt noch Ja noch ein Spion haut den weg No So Müll brauchen wir hier nicht So dann jagen wir die gelben noch vom Feld und dann passt es dann an Müsste das ja so langsam erledigt sein hier In der Zeit So ihr könnt auch noch suchen Die Wohnhäuser werden langsam fertig, das ist gut So jetzt spüren wir nochmal ein bisschen durch Gut Dann machen wir mal hier So Immer nur durch So So wie siehts aus Ja ich glaube wir haben von da oben nicht Das schmuggels Kommt da anscheinend nicht ran Ah die kommen ran Okay Das ist natürlich doof Er ist gleich weg Das war klar Das war klar So So Alle bitte weiter Einfach weiter ziehen Oh Und Die 500 Mana Punkte Die müsste ich doch auch schon haben So So Findet Das ist halt meines Landes schon mal So die sind schon mal alle am wandern So So Das ist halt auf jeden Fall Rechnung um die Burg noch Platz zu kriegen Oder War eigentlich schon Eigentlich schon Eigentlich schon Oder Obwohl die können ja weiter ziehen So Weiß mal alles nieder hier So Zack Da oben muss ja auch noch ein Türmchen Den kriege ich jetzt aber nicht klein Erstmal werde ich hier in der Mitte noch matschen Ah Okay da war nichts Also Gar kein Soldat drin Deswegen Dann ist das ja nicht so dramatisch So Wie sieht es hier aus Ordentlich produziert Nö Tempel ist auch noch nicht voll Genau Genau die haben jetzt eine Trägerinnen Die haben gefehlt ne Die sind da jetzt erst alle unterwegs Da fehlt noch ein Stein So die greifen hier an Sehr gut Und Die greifen hier an Wunderbar Wunderbar So Den Ton kriegen sie auch locker Aber hier Die Möchte ich doch gerne haben Ganz dringend Dann stört Dann stört die schon mal nicht mehr So wir geben denen mal keine Angriffsfläche hier Falls doch mal irgendwas sein sollte Noch können wir Soldaten produzieren Von daher Stellen wir mal die Soldaten da alle hin Oh wir sind schon bei den Schwertkämpfern Das ging aber schnell So die gehen alle bitte durch Und die bitte auch bis dahin Und die auch bis dahin So Ah hier sind es jetzt nur noch die Bogenschützen Wunderbar Aber es geht ja Na komm schon Den einen Bogenschützen oder haben wir doch Zauber Wunderbar Wunderbar Da haben wir den Gegner jetzt auch schon mal plockt Gut wie Wie paar Türmchen noch Gehen Die ihn rucki zucki weg Bis dahin sollten wir eigentlich auch alles erledigt haben Hier mit dem Mana und sowas alles genug Träger haben wir ja jetzt Hoffe ich Wenn nicht ich brauche gerne noch ein paar Steine Steine dürften wir noch haben Oder Irgendwo Das Wohnhaus kann ich abweisen Das hier auch Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Steine mehr So Die kommen auch langsam Kann ich schon mal angreifen Dann Die Daten Das sollte funktionieren Das sollte funktionieren Dann Das muss ja auch noch laufen Dann müsste der Alles Den gewohnten Gang gehen Spitzhacke Kann man noch bauen Da ist jetzt schon fast zu Ende Sehr gut Bei dem dauert es noch ein bisschen Bei dem dauert es noch ein bisschen Sehr gut Der ist auch nicht Was sind die Anloseidaten? Aber die produzieren ja Die können ja noch produzieren So ist ja nicht So dann gehen die da hin Mit denen gehe ich hier hin Mal ein paar Damen Türmchen finden oder sowas Ja gut Ja gut Kommt schon Kommt schon Wurde ich mal den Turm hier Dann rechnen wir die Kaserne wenigstens auch mit ab So 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 Jetzt Können wir die ja hier hinschicken Können wir gleich noch eine Spitzhacke bauen Eigentlich müsste ich bloß hier eine riesen Burg bauen, dann ist die schon alles weg oder auch nicht Aber so gut wie alles weg So den Turm holen wir uns auch noch Ja wir haben das Spiel gewonnen, sehr gut Endlich haben wir genug Mana gesammelt So Ja hier können wir noch mal sehen wie es aussieht Das Schlachtfeld ist ein ganz kleines geworden Hier ist wirklich gar nichts gewesen Ja das ist ganz schön schwach Ich dachte hier wäre noch ein Turm Weil so viel Auslauf haben die ja normalerweise nicht Ja So gut Dann haben wir die Mission auch erledigt Dann Schauen wir mal kurz Das ist ja eine Spitzhacke bauen wir gerade Können wir jetzt eine Nachrichten auch weg machen So Hier kann man wegknacken Und dann würde ich sagen Wenden wir mal hier das Level Und Ja Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Mission wieder Bei den Amazonen Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis bald Tschau Tschau Now Tay